Ich baue dir ein Haus. Genau hier. Es wird unser Haus. Ich fahre mit Mildred nach Washington, damit wir heiraten können. Würde ich mir gut überlegen. Kraft des mir durch den District of Columbia verliehenen Amtes, erkläre ich Sie nun zu Ehemann und Ehefrau. Hier sind Sie! Richard! Was machst du in Bett mit dir? Ich bin seine Frau. Das hat hier nichts zu sagen. Richard Perry Loving, ein Weißer, und Mildred Jeter, eine Farbige, haben rechtswidrig als Ehemann und Ehefrau zusammengelebt. Richard! Das ist Unrecht! Ich bin davon überzeugt, dass die Sache bis zum obersten Gerichtshof gehen könnte. Wir haben doch niemandem was getan. Der Staat Virginia wird argumentieren, dass es unverantwortlich sei, Mischlingskinder in die Welt zu setzen. Sagt der Frau, sie soll rauskommen. Ich will nicht, dass unsere Kinder hier groß werden. Mir egal, was sie mit uns machen. Geh mit Peggy ins Haus! Ich kann für dich sorgen. Das weiß ich doch. Ich kann für dich sorgen. Ich weiß, dass wir Feinde haben, aber auch ein paar gute Freunde. Dieser Fall könnte die Verfassung der Vereinigten Staaten verändern. Denken Sie, dass Sie verlieren? Wir verlieren die kleinen Schlachten. Aber wir gewinnen den Krieg. Gibt es etwas, das ich den Richtern am obersten Gerichtshof von Ihnen bestellen kann? Ja. Sagen Sie denen, dass ich meine Frau liebe. Schöpfung ist eine großeíير geöffnet. Ich sage Ihnen, dass Sie bereit sind. Schöpfung ist eine große Hechtung. Du hast dich shoulders.